im heutigen video soll es darum gehen was sie machen können wenn euer assassin's creed mirage nicht starten möchte das ganze ziemlich relativ einfach da gibt es ein paar einfache tricks das tutorial ist sowohl für windows 11 als auch für windows 10 genau und zwar gehen wir dafür jetzt gleich alle als allererstes einmal in die suchleiste und geben hier einmal ein task manager drücken hier drauf und machen das ganze einmal groß bei windows 10 kann es sein dass ihr unten links noch in der ecke auf mehr details drücken müsst damit die hier in dieser ansicht kommt und hier suchen jetzt nach allen anwendungen die mit assassin's creed mirage in verbindung stehen ist es der launcher worüber dass ihr installiert habt also ubisoft oder epic games müsste im prinzip gucken es kann aber auch natürlich assassin's creed mirage komplett alleine sein also einfach nur assassin's creed mirage und nach dem suchen wir also irgendwas was mit diesem spiel hier in verbindung steht wenn wir was gefunden haben rechts gelegt hast beenden es kann nämlich sein dass im hintergrund was offen ist und dadurch im prinzip dieser start noch verhindert wird okay das können wir machen ansonsten nehmen uns doch einmal die desktop verknüpfung von assassin's creed mirage ich habe das hier auf diesem pc nicht installiert deswegen nehme ich jetzt die after effects als beispiel rechtsklick also auf die desktop verknüpfung weitere optionen anzeigen eigenschaften dann kompatibilität und dann übernehmen sie einfach einmal diese einstellung hier nicht wundern windows 8 ist richtig das ist die höchste einstellung die wir im prinzip hier machen können drücken dann anschließend auf übernehmen auf ok und dann noch einmal den pc neu starten und dann sollte sich eigentlich euer spiel wieder starten lassen falls sie dann noch probleme habt unbedingt in die kommentare damit wir finden bestimmte lösung und dann würde ich sagen das war es jetzt von mir ich bin noch draus und bis zum nächsten mal